So, hier sind wir stehen geblieben, also. Bin mal gespannt, was mich jetzt... Okay, da kann ich rein. Ha, da kann ich rein. Da kann ich rein, das ist fein. Und was passiert hier? Wir gehen einfach durch. Und... Oh, hallo. Passiert hier irgendetwas? Ein bisschen... Nee. Aber hier kann ich doch bestimmt durch, oder? Was? Ah, nee. Hier, zack. Ich kann da durchschießen. Ein bisschen gemein, ne? Aber egal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Und jetzt? Und jetzt? Kann ich dich treffen? Okay. Zurück mit dir. Zurück, 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 zurück. Ja, komm schon. Ach so, aber da passiert nichts mehr, oder was? Ich bin noch ein bisschen ratlos, was ich machen muss. Jo. Nee, hilft mir ja gerade nicht so weiter. Wisst ihr was? Wir werden einfach mal... Ich kann gar nicht... Ah, okay. 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 Ich... Anscheinend muss ich hier... Die tut mir aber weh, ne? Die Larve. Habt ihr gesehen? Aua. Nö, das schmückt mir jetzt aber gar nicht. Wie komm ich hier denn hier durch? Hm. Ich hab's vergessen, Leute. Wie ich hier durchkomme. Ja, ja, ja. Okay, dann ist es hier, das Vieh. Ach so, ich kann's austricksen. Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Ich muss einfach... Ja, ja, ja. Ist ja easy. Easy. Komm, Leute. Das kann ich. Haha. Ich treff's ja ab und zu, ne? Erstmal ist schon mal die Hälfte von einem Tank hier verloren, aber... Trotzdem klappt's ja irgendwie. Das war ein bisschen nervig, ne? Aber... Was will man machen? Bist du tot? Ho, ho. Ho, 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 ho. Dann sind wir jetzt hier, ne? Ach. Na siehste mal, was wir jetzt machen können, ne? So, komm. Lauf. Lauf. Dankeschön. So, das nehmen wir mit. Und dann können wir hier weiter jetzt endlich. Oh, ich glaub, es kommt ein Boss. Kam ein Boss? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. War nicht so ne Motte hier, so ne fliegende Motte? Ich glaube schon. Ja, ne. Ah, ne. So geht das. So. Ey. Wie? Ich komm da nicht durch? Ne, ne, ne. Das war doch hier irgendwie ganz komisch. Hm, wie ging das denn nochmal? Ich kann nicht da durch? Ne, das tut mir weh. Und wenn ich mir da... Ach, ich mit einer Missile, ne? Bescheuert. Und hier auch mit einer Missile, oder was? Ne, die kann ich doch bestimmt... Ach, ist doch blöd. Ist doch blödsinn hier. Ich lass mir da extra mit einer Missile zu machen. Na, egal. So, hier war der Boss. Ja, kommt. So, was muss ich hier kaputt machen? Was muss ich hier kaputt machen? Ich weiß es nicht. Hä? Das läuft hier alles irgendwie per Slowmotion ab. Hier oben, ne? Also, ist ja easy eigentlich. Oder? Ist es wirklich easy? So, jetzt. Das war nicht so klug. Machen wir auf der anderen Seite. Okay. Das ist aber nicht so schwer. Ich glaube, die Teile kann ich kaputt machen. Dann krieg ich wieder... Das ist doof mit der Suppe hier, ne? Aber egal. Schauen wir es trotzdem. Aua. So, dann kommt er hoch. Och, Samus. Schlecht. Wirklich schlicht. Das ist nervig, ne? Und diese blöden Turbo-Schilxöten hier. Kennt ihr noch Turbo-Schilxöten? Was die Romana, Manni? Komm, Manni. Jetzt. Yes. Gut gemacht. Gut gemacht, Samus. Jetzt muss ich auf die andere Seite schon. Ja, gut. Ich habe schon einen Tank verloren, ne? Einen Tanke natürlich. Komm, komm, komm. So, jetzt da hoch. Danke. Ach, komm, du Schilke, du. Oh, nee, ne? Dann bist du wieder so weit da hinten. Nee, bleib mal... Das schaffe ich doch. Das schaffe ich das echt nicht? Wieso schaffe ich es denn auf der einen Seite und da nicht? Das ist doch behindert. Das ist echt behindert. Behindert. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Wenn man so doof spielt, wie ich. Na gut. Ich bin selber schuld. Jetzt kommst du da und dann... Jetzt muss ich das klüger machen. So. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Und vorher wieder... Nee, nee, ist egal. Ist egal, ist egal. Wir warten jetzt erstmal ab, bis er wieder auftaut. Der Kleine hier. Oder taut der nicht auf, wenn ich weiter auf ihn ballere. Natürlich auch eine Möglichkeit. So, das war's doch, oder? Ja, wollte ich auch sagen. Ich folg dir. Oh. Okay. Auf zu Ridley. Ich dachte, hä, kann man nicht gegen eine Motte? Ach, vergessen. Ich finde es auch so witzig, dass Ridley da mit so einem Raumschiff da ankommt, ne? Man denkt ja eigentlich, Ridley wäre nicht so... Wäre einfach nur ein Monster, ne? Aber ist er gar nicht. Kann sich nicht denken und so. Gefällt mir aber auch schon mal gar nicht hier. Ganz ehrlich. Gefällt mir gar nicht. So, erstmal speichern. So, und dann gucken wir mal jetzt. Ah, da hinten, Isa. Na gut. Das haben wir hier rechts. Sehr verdächtig. Wow. Okay, hier kann man sich aufladen. Das ist schon mal sehr gut. Und das machen wir auch. Und dann speichern wir noch mal. So, her damit. Komm, paar noch. Und dann haben wir es. Geht doch. Genau 100 Missiles. Ich glaube, Ridley wird aber ein bisschen schwieriger als der Boss gerade. Und wenn ich mich genauso dumm anstelle, dann wird das eine ganz hasige Nummer. Ganz ehrlich. Naja. Da kommen wir noch nicht durch, oder was? Eih. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine Space Trip. Ne, ich habe keine Ahnung. Ey. Okay. Oh, nee. Da komme ich noch gar nicht hin, oder was? Ja, wie? Wie komme ich da rüber? Ich weiß es nicht. Kann ich die grünen Türen öffnen, oder was? Ich habe es natürlich vergessen, ne? Ne, so war das... Wie war das denn? Konnte ich... Habe ich Powerbomben? Ach, ich bin ja so ein Held, ne? Ding, 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 high jump. Powergrip, Speedbooster, Moorball? Ich glaube, das habe ich nicht. Was sind Sleep? No! Äh... Ich glaube, ich muss da schon oben irgendwie lang. Oh, Fie. Wie, Leute? Schauen wir mal auf die Karte. Ne, die Karte, das bringt es ja nicht. Warum kann man denn hier lang? Ganz ehrlich. Warum kann man hier lang, wenn man... hier nicht durch kann? Das begreife ich nicht. Warum muss ich lang, Leute? Muss ich wieder zurück? Ne, das kann doch nicht sein. Dass die mich hier so natzen. Oder habe ich die Powerbomb? Und weiß nur nicht, wie man die benutzt. Nein, nicht saven. Warum muss ich hier so unter? Ne, da ist doch nichts. Ne! So alles falsch! Kann ich nicht irgendwie hier noch anders mir das anschauen? Ja, hier, guck. Ne. Kann man anscheinend noch select hier. Da muss ich auch nicht hin. Da muss ich auch nicht hin. Aber ich habe doch schon alles gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Da war irgendein Trick, den ich wieder nicht checke gerade. Ja, komm. Gehen wir noch was runter. Und ja, da will ich eigentlich noch mal langen. Was ist hier noch irgendetwas? Hä? Scheint nicht der Fall zu sein. Schauen wir auf der anderen Seite noch mal nach. Dann sind wir vielleicht doch in dem Raum, wo man sich aufladen kann. Kann natürlich auch sein, ne? Aua. Ja, was machen wir? Äh, keine Ahnung. Ah! Das hofft mich ja ein bisschen isse. Oder ich habe vielleicht doch die Powerbomb. Aber ne, ne? Oder Supermissile? Was? Nicht Supermissile immer? Guck mal nochmal. Ich weiß es nicht. Also mach mich fertig. Nee, Mistel steht nur normal da, ne? Ja. Das heißt, es ist auch... Ja, das ist alles normal. Ja, dann, äh... Wird ich irgendwas übersehen? Nein, kann nicht sein, oder? Ihr fasst... Das war fast gecheatet. Ihr guckt, zack. Wie kommt man da hin, ey? Und wieso kann man hier weiter nach oben? Wieso sollte man da die kaputt machen können? Wieso kann man hier das überschießen? Das macht alles keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn.